Seit dem heutigen Montag ist es also soweit. Es gilt der Lockdown-Light. Das, was die Ministerpräsidenten zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel in der letzten Woche beschlossen haben, ist noch am Freitag oder über das Wochenende in geltendes Recht umgesetzt worden. Das heißt, das, was nur so ein bisschen gescribbelt worden ist, ist jetzt wirklich gesetzt und richtig niedergeschrieben worden. Und teilweise sind da wirklich unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Bundesländern rausgekommen. Und ich habe euch letzte Woche schon versprochen, dass ich mal genauer reinschauen will in die verschiedenen Regelungen, die jetzt am Wochenende rausgekommen sind. Das ist unübersichtlich, aber ich will mal versuchen, da so ein bisschen Struktur reinzubekommen und zeige euch mal, was die aktuellen Regeln für den November sind. Anders funktioniert es ja nicht. Irgendeiner muss euch die Regeln ja erklären. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, denn ich bin ja mittlerweile zum neuen Regelerklärer geworden. Jede Woche neue Regeln und ich komme mir selber kaum noch hinterher zu schauen, was gilt jetzt wo. Ich will, also am Wochenende habe ich so ein bisschen die ganzen Corona-Schutz-Verordnungen, was weiß ich für Verordnungen in den verschiedenen Bundesländern aus, ja, Baldova hat mir mal angeschaut, habe mich vor allen Dingen natürlich aufs größte Bundesland Nordrhein-Westfalen konzentriert. Da wollen wir auch direkt gleich mal reinschauen. Aber ich werde euch auch die Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern kurz erläutern. Was geht? In manchen Bundesländern kann man noch in Bibliotheken, in manchen Bundesländern kann man noch in Zoos, in anderen Bundesländern geht wirklich gar nichts mehr und das will ich euch gleich mal ein bisschen näher bringen. Also brandneu die Verordnung in Nordrhein-Westfalen, schauen wir mal rein, habe ich euch hier rausgepickt, noch vom 30. Oktober 2010, sind erst ein paar, das ist jetzt Nordrhein-Westfalen, ein paar allgemeine Grundsätze drin. Da sagt man, wir wollen die Pandemie bekämpfen und da haben die natürlich hier eine schöne, da fängt es schon an, eine schöne allgemeine Klausel drin, mit der kann man nachher alles rechtfertigen. Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzgesetzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und keinen anderen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. Das heißt, wenn irgendwas vergessen worden ist in dieser Verordnung, verhaltet euch doch bitte so, dass ihr keinen anderen ansteckt. Ist ja auch in Ordnung so, allgemeiner Grundsatz da, mit reinprogrammiert in den Klöpper hier, der in Nordrhein-Westfalen jetzt am Wochenende kommen ist. Dann steht da drin, ach ja, das ist noch ganz spannend, das müsst ihr auch noch wissen, was öffentlicher Raum ist. Denn viele, viele Regelungen in Nordrhein-Westfalen gelten nur für den öffentlichen Raum. So, öffentlicher Raum im Sinne dieser Verordnung sind alle Bereiche mit Ausnahme des nach Absatz Artikel 13 des Grundgesetzes geschützten Bereiches. So, jetzt muss man springen in unser Grundgesetz. Was steht da drin? Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland springe ich auch rein. Artikel 13, die Wohnung ist unverletzlich. Sprich, alles ist öffentlicher Raum, nur nicht eure Wohnung. Aber selbst hier so ein dickes Grundrecht wie Artikel 13, die Wohnung ist unverletzlich, sieht ja erstmal so aus, boah, da kann man gar nichts machen und deswegen machen die da, werdet ihr sehen, in Nordrhein-Westfalen auch nichts an der Wohnung. Hätten sie aber gekonnt, denn hier Absatz 7 des gleichen Grundgesetzartikels sagt, Eingriffe und Beschränkungen, also in eure Wohnungen rein quasi, dürfen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für eine einzelne Person, liegt hier nicht unbedingt vor, aufgrund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, kommen wir schon der Sache näher. Und jetzt ein Beispiel insbesondere zur Behebung der Raumnot, also wenn irgendwie Krieg wäre und alle müssen zusammenrücken, oder zur Bekämpfung von solchen Gefahren vorgenommen werden. Also ein Gesetz zur Bekämpfung von solchen Gefahren kann dann auch in eure Wohnungen reingehen und da was einschränken. Naja, und das einzige Gesetz, was das könnte, wäre 28 Infektionsschutzgesetz. Und das ist das Gesetz, aufgrund derer jetzt alle Verordnungen gerade basieren, so auch diese Verordnung in Nordrhein-Westfalen. Allerdings haben die sich dann doch nicht getraut, in den Artikel 13 reinzuspringen, weil nämlich das Infektionsschutzgesetz so waberig ist und so ungenau ist, dass es wahrscheinlich gar nicht reicht, um Artikel 13 wirksam einschränken zu können. Also merkt euch einfach, öffentlicher Raum in NRW ist definiert alles, was nicht eure Wohnung ist. Jetzt sagen die im öffentlichen Raum, was nicht eure Wohnung ist, haltet bitte zu allen Menschen einen Mindestabstand von 1,50 Meter, sofern nichts anderes geregelt ist. Unten steht dann weiter drin im Betrieb, wenn es nicht anders geht, dann bitte mit Mundschutz, aber wenn man die 1,50 Meter nicht einhalten kann, so. Interessant ist jetzt hier noch, der Mindestabstand von 1,50 Meter darf unterschritten werden, beim Zusammensagen mit Angehörigen des eigenen Hausstandes, jedoch auch in Fällen höchstens 10 Personen, ja. Also man darf also sich mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und eines weiteren Hausstandes treffen, so haben die es geregelt in NRW, aber maximal 10 Personen. Also ihr könnt euch mit noch einer Family im öffentlichen Raum, also draußen, geht nicht um private Treffen, Treffen und dort dürft ihr auch näher als die 1,50 zusammen sein, ja. Da darf der Mindestabstand unterschritten werden. Ihr könnt euch aber theoretisch auch mit viel, viel mehr Leuten treffen, nach wie vor in NRW, Hauptsache dann, dass der Mindestabstand eingehalten wird. So ist das gesetzlich jetzt geregelt. Das wird in den Medien manchmal verkürzt dargestellt, aber man muss dann schon richtig ins Gesetz reingucken, wie ist das gemeint. Also, Fakt ist, im öffentlichen Raum, nicht im privaten Bereich. Im privaten Bereich könnt ihr euch im Prinzip mit so vielen Leuten treffen, in NRW, muss ich jetzt hier dazu sagen, wie ihr wollt. In Bayern gucken wir gleich rein, geht das nicht. Also, so viel treffen, wie ihr wollt, aber im öffentlichen Raum bitte nur maximal 10 Personen oder eben 2 Haushalte. Und wenn ihr die 1,50 einhaltet, dann könnt ihr euch auch mit 30 Leuten treffen, aber dann müssen immer 1,50 gewahrt sein. Und das ist das, wie Nordrhein-Westfalen das geregelt hat. Gucken wir uns mal Bayern an, habe ich mir hier auch rausgepackt. Die Bayern haben das ganz anders geregelt. Gleiche Paragraf, also hier ist das jetzt in Paragraf 2 Mindestabstand, in Bayern Paragraf 3 Kontaktbeschränkung, wie sagen die Bayern? Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, und jetzt geht es weiter, in privat genutzten Räumen, also die nehmen das Private in Bayern mit rein, und auf privat genutzten Grundstücken, also selbst draußen auf Grundstücken, ist nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstandes, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt höchsten 10 Personen nicht überschritten wird. Also da sagen die, egal wo, ob privat oder nicht privat, niemals mehr als 10 Personen, was natürlich bei einer elfköpfigen Familie, aber ja schwierig ist, dann greift wahrscheinlich das hier mit Angehörigen, da ist keine Beschränkung drin, haben sie ja auch ganz gut gelöst. Also jetzt zusätzlich, solange man nicht mehr als 10 Personen ist. Also da gilt jetzt, in Bayern dürft ihr euch treffen mit noch einem Haushalt, aber niemals mehr als 10 Personen. In Nordrhein-Westfalen ist das ein bisschen anders. Was ich in Bayern ein bisschen strange fand, die haben hier noch den Paragrafen, den Absatz 2 drin, das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist, unabhängig von der Zahl der anwesenden Personen, untersagt. Also hier ist insgesamt, meines Erachtens, ein bisschen schlechter geregelt, weil Nordrhein-Westfalen sagt hier die 1,50, wenn die eingehalten sind, könnt ihr auch zu mehr Leuten treffen, denen geht es mehr um den Mindestabstand und die sind da ein bisschen vager. In Bayern, da geht es um den gemeinsamen Aufenthalt, da geht es also auch im öffentlichen Raum, ab wann, also was ist, drei Meter Abstand, ist das dann schon gemeinsamer Aufenthalt? Also da seht ihr, wie heiß, mit welcher heißen Nadel das gestrickt wird und das wäre vielleicht auch cleverer gewesen, die hätten sich alle mal zusammengesetzt und was Gemeinsames gemacht. In Bayern, das finde ich nicht so gut, weil da kann ich jetzt schon wieder schwierig deuten, ab wann haben wir denn einen gemeinsamen Aufenthalt? Ja, auch im öffentlichen Raum, zehn Leute, wenn die alle genügend Abstand haben, ist das dann noch ein gemeinsamer Aufenthalt oder nicht? Seht ihr, Nordrhein-Westfalen klarer als in Bayern. Und dann hier, Feiern, da hatten wir auch schon, ich meine, Verwaltungsgericht Frankfurt, die gesagt haben, was genau jetzt das Feiern sein soll, wie es Feiern definiert, das dürfte für eine Verordnung wahrscheinlich auch zu ungenau sein. Was ich auch mir noch angeschaut habe, war das Thema Reisen. Reisen, das habe ich mir hier in Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen angeschaut. Die hatten das ganz unten, Altersmaske ist jetzt hier drin, wann müsst ihr die tragen? Die sagen in Nordrhein-Westfalen, genau, Sygieneanforderungen im Besuchsverkehr, also bei Kundenverkehr, da geht es eher um Unternehmen, Rückverfolgbarkeit, wie müssen Gäste registriert werden bei Dienstleistungen. Ja, das ist sogar noch mit Mietern, Kunden und so weiter hier geregelt. Da geht es um die Rückverfolgbarkeit, Innovation, da geht es darum, dass man Luftfiltertechniken, Techniken der Luftfilter fördern soll, ist jetzt auch hier erstmal egal. Gesundheitseinrichtungen, haben die was zugeregelt, die sollen wesentlich offen bleiben. Hochschulen, was da passieren soll, weitere Bildungsangeboten, ein richtiger Klöpper. Kultur, das sieht man jetzt hier, Opern, Theater, Kinos, andere Betriebe bleiben bis zum 30. dicht. Der Proben darf man eigentlich weiter. Das ist also, ein neues Musical kann also eingeprobt werden, sagen die hier, aber Besucher sind nicht gestattet. Autokinos sind weiterhin zulässig, wenn der Abstand zwischen den Fahrzeugen 1,50 Meter beträgt, das ist natürlich auch wieder irre. Jetzt wollen wir, also 1,50 ist die absolut neue Norm. Also, naja, kann ich nichts zu sagen, aber 1,50 steht in den Fahrzeugen, ja gut, klar. Wahrscheinlich wollen die nicht, man steigt aus. Und der Nächste, also diese 1,50, ja, es ist mal so festgelegt worden, aber was sind schon die 1,50? Ich wollte weiter hier, Freizeitschwimmbäder dicht, Freizeitspakt dicht, okay. Handeln, Messen, Märkte, da geht es um, ja, wie viele dürfen pro, eine Person pro 10 Quadratmeter jetzt beim Einkaufen, sagen die in Nordrhein-Westfalen. Also, wenn ihr in den Supermarkt geht, nur eine Person pro 10 Quadratmeter. Also, auch das wird dann wieder dazu führen, dass ihr eventuell dann einen Einkaufswagen in die Hand nehmen müsst oder irgendwelche anderen Messsysteme dorthin müssen, dass man weiß, wann ist der Supermarkt voll. Jahrmärkte und so weiter, Messen und so weiter sind entsprechend unzulässig. Was ich gut fand, Versammlungen, auch was geregt, Gastronomie ist dicht, das wisst ihr, Betrieb Restaurants, Bestreise untersagt, Kantinen, Mensen dürfen zur Versorgung der Beschäftigten weiter betrieben werden. Also, Mensen und Kantinen sind weiter offen, Lieferservices sind zulässig, wenn die Mindestabstände und Hygieneanforderungen eingehalten werden. Auch schon schwierig, muss man sagen, denn das Geld muss ja entgegengenommen werden. Theoretisch geht das dann nur, wenn vorher gezahlt worden ist. Dann noch, wenn man abholt, muss man sich 50 Meter wegbewegen von dem Ort, der Pommesbude, wo man was abgeholt hat. Wahrscheinlich damit da irgendwie keine Klumpenbildung ist. Dann noch dieses hier für Nordrhein-Westfalen, ganz interessant. Da geht es um Tourismus, wenn ihr also in Köln beispielsweise jetzt gerade seid und aus Bayern hier hingekommen seid und euch fragt, muss ich jetzt abreisen? Hier steht es, Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken, die nach dem 29. Oktober angetreten worden sind. Also, Übernachtungsangebote, also eine Reise, die ihr nach dem 29. Oktober begonnen habt, sind bis zum 30. November untersagt. Ja, das heißt, mit anderen Worten, sofort raus hier, schnell jetzt abreisen. Wenn ihr aber vorher schon vor dem 29. Oktober da wart, könnt ihr auch bleiben bis zum 30. November. Ja, also nur, wenn ihr nach dem 29. Oktober gekommen seid. Und wenn das nicht eure Buden sind, denn die Nutzung von dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befindlichen Immobilien, Wohnwagen, Wohnimmobilien und so weiter, ist keine touristische Nutzung. Das heißt, habt ihr hier ein Ferienhaus in Nordrhein-Westfalen, könnt ihr auch im Ferienhaus bleiben. Gruppenreisen mit Bussen zu touristischen Zwecken sind unzulässig. Das ist der Tourismus innerhalb Nordrhein-Westfalens. Und jetzt hatte ich mich gefragt, okay, Nordrhein-Westfalen grenzt ja an Holland. Was ist mit den ganzen nordrhein-westfälischen Bürgern? Dürfen die denn noch rausfahren aus Nordrhein-Westfalen? Dazu wirft man einen Blick in die Corona-Einreiseverordnung. Ja, also raus und wieder rein. Das ist die aktuellste Corona-Einreiseverordnung. Ja, ich will jetzt gar nicht im Detail nochmal darauf eingehen. Da geht es um Meldepflichten, wenn man wieder zurückkommt aus dem Ausland, wenn man aus Risikogebieten kommt, was Risikogebiete sind und, und, und. Alles geregelt. Aber entweder die haben es vergessen oder wollen es nicht mehr. Da steht, diese Verordnung tritt mit einem Tag nach der Verkündung in Kraft und endet mit Ablauf des 31. Oktober 2020, tritt sie wieder außer Kraft. Das heißt, wir haben ja heute den 2. November diese ganze Einreise nach Nordrhein-Westfalen aus Risikogebieten. Diese Verordnung ist vor, ähm, ja, am, am, jetzt hier am, wievielten, was war das jetzt hier noch, am 1. Oktober vorgestern außer Kraft getreten. Das wiederum heißt, keine Quarantäne mehr, wenn man aus dem Ausland nach Nordrhein-Westfalen kommt. Jedenfalls im Moment, also heute am 2. Oktober keine Quarantänepflicht mehr, denn die gesamte Verordnung, die ja sagt, was ist, wenn man aus einem Risikogebiet wieder nach Nordrhein-Westfalen kommt, ist jetzt erstmal außer Kraft gesetzt. Das ist mir nur aufgefallen, entweder die haben jetzt vergessen, die zu verlängern, dann müsste heute am 2. November noch ein Beschluss her. Aber ehrlicherweise, das ist ja jetzt hier gerade, ich bin ja auf der Seite des Landes Nordrhein-Westfalen, ganz vorne alle Corona-Fragen, alle aktuellen Verordnungen. Die ist aber nicht mehr aktuell, die ist raus. Also demnach kann man jetzt wieder ganz ehrlich reisen, wohin man will, wenn man nordrhein-westfälischer Bürger ist und kann auch wieder zurückkommen, ohne sich in Quarantäne zu bringen. Will ich keinem zu raten, ja, ganz klar. Ist ja nur so, dass ich hier mal eben kurz die Gesetze analysiere und das in dem ganzen Heckmeck, der ganzen Gesetze schon mal ein bisschen was drunter und drüber geht. Und entweder die haben jetzt vergessen, die Corona-Einreise-Verordnung zu verlängern oder wir NRW-Leutchen können jetzt reisen, wie wir wollen, nach Holland. Dann muss man natürlich die holländischen Gesetze dort wieder beachten. Simpel ist das alles nicht. Aber vielleicht hat man auch gedacht, naja, in Nordrhein-Westfalen kann man ja jetzt eh keinen mehr anstecken, weil ja so weitreichende Beschränkungen gelten, sodass wir die Corona-Einreise-Verordnung theoretisch auch nicht mehr brauchen. Also, ihr seht, eine ganze Menge an Gesetzen ist da gekommen. Das waren jetzt nur NRW und Bayern, die ich euch mal aufgezählt habe. Ich habe ja hier Zuschauer aus ganz Deutschland. Die möchte ich auch nicht vernachlässigen und gehe jetzt im Schweinsgalopp mal durch, was ansonsten in Deutschland da so noch gerade gilt und nicht gilt. Wenn es um diese Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum geht, dann gilt das in Hamburg, Niedersachsen und Berlin nicht für unter 12-jährige Kinder. Also, da gilt diese Anzahl nicht. Neben Bayern hat auch noch Baden-Württemberg diese Zwei-Haushalte-Regelung für den Privatbereich eingeführt. Das heißt, hier haben wir eine Beschränkung von Artikel 13 unseres Grundgesetzes, also den Paragrafen, den ich euch da gerade gezeigt habe. Dass die Clubs dicht sind, das habe ich euch gesagt. Opern und so weiter sind auch alle dicht. Aber es gibt Unterschiede in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind zumindest die Außenbereiche der Zoos geöffnet. In Hamburg, Nordrhein-Westfalen oder Stuttgart sind die Zoos komplett dicht. In Sachsen sind Bibliotheken noch offen. In Berlin sind neben Volkshochschulen, Fahrschulen und Musikschulen auch noch Archive offen. Ja, und Gottesdienste bleiben überall auch noch erlaubt. Was den Sport betrifft, so bleibt es euch möglich, Individualsport zu betreiben. Und in Berlin will man Kindern bis zwölf Jahren das Training an der frischen Luft sogar noch ermöglichen. In festen Gruppen von bis zu zehn Personen. Also da in Berlin können die Kinder noch trainiert werden. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise nicht. In Mecklenburg-Vorpommern ist Kinder- und Jugendsport weiter erlaubt. Fußball, also den Profisport wird es ohne Fans auch weiterhin geben. Zum Friseur könnt ihr eigentlich überall noch gehen. Allerdings gibt es Kosmetikstudios und Massagestudios, die viel geschlossen werden müssen. Nur nicht in Sachsen-Anhalt, da bleiben Kosmetikstudios und Sonnenstudios offen. In Thüringen bleiben Kosmetikstudios und Nagelstudios offen. Also das ist schon strange hier mit den verschiedenen Bundesländern und den Gesetzen, durch die man da mal so eben reiten muss. Schulen habe ich schon letzte Woche euch im Video gesagt. Die Schulen sind nach wie vor überall offen. 165 Schulen bundesweit sind aktuell wohl geschlossen. Relativ wenig für die, ich glaube, zehntausenden Schulen, die wir hier haben. Jedenfalls 1.000 D-Schulen sind es ja. Also da ist relativ wenig dicht, aber in vielen Schulen herrscht Maskenpflicht. Ich halte das übrigens weiter für euch immer im Blick. Also lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls nicht ohnehin schon passiert ist. Bei den Supermärkten habe ich gerade schon auf die 10-Quadratmeter-Regel hingewiesen. Bezüglich der Reisen habe ich gerade was gesagt. Da ist es allerdings so, nicht notwendige Reisen sollt ihr bitte kippen und canceln. Ist aber nur eine Bitte, nicht notwendige Reisen zu canceln. Allerdings touristische Übernachtungen innerhalb Deutschlands sind ja eh kaum noch möglich. Also innerhalb Deutschlands ist ja alles dicht. Ins Ausland fahren scheint mir in Nordrhein-Westfalen jetzt wieder zu gehen. Ja, also das ist einfach strange. Ich werde in den nächsten Tagen das nochmal schauen, ob es da was gab. Dann werde ich hier auf diesem Kanal auch darüber wieder berichten. Abreisen müsst ihr übrigens neben Nordrhein-Westfalen, habe ich ja gerade gezeigt. Wenn ihr entsprechend vor dem 29. angereist seid. In Brandenburg, da müsst ihr bis zum 4. November raus. In Mecklenburg-Vorpommern bis zum 5. November das Land verlassen. Schleswig-Holstein und die Halligen, da müsst ihr jetzt schon auch bis dahin raus. Bis zum 5. November in Niedersachsen könnt ihr euren Urlaub erenden, wenn ihr von dem 2. November angereist seid. In Schleswig-Holstein übrigens diesmal so, dass Zweitwohnungsbesitzer doch noch weiter Urlaub da machen dürfen. So ist es ja auch in Nordrhein-Westfalen. Das war auch eine Regelung, die die Gerichte gekippt haben. Insofern, ja, hätte es mich einfach gewundert, wenn das jetzt doch wieder in diese Gesetze reingekommen wäre. Das habe ich ja letzte Woche schon in dem YouTube-Video gesagt. Vieles, was dort bei der Ministerkonferenz beschlossen worden ist, ist von den Gerichten in der Vergangenheit gekippt worden. Wie zum Beispiel, dass ich meine Zweitwohnung nicht mehr besuchen kann. Schleswig-Holstein hat daraus gelernt, ist jetzt nicht mehr reingenommen in die neue Verordnung. Nordrhein-Westfalen ja auch entsprechend nicht. Da ist also ein bisschen schon auf die Gerichte gehört worden. Wenn ich mir allerdings anschaue, diese privaten Treffen, gab es jetzt noch keine Urteile zu. Aber kann ich mir vorstellen, wird auch noch was zukommen. In Bayern und Baden-Württemberg eben auch keine privaten Treffen mehr von mehr als zwei Haushalten. Was allerdings auch in Bayern gesagt worden ist, naja, wir wollen keine Kontrollen in privaten Wohnungen machen. Das dürfte auch irgendwie schwierig werden, ohne irgendeinen Verdacht. Die Bayern, Herr Söder hat gesagt, wir wollen auch nicht, dass hier irgendjemand jemand anderen wiederum verpetzt. Also auch das Denunzieren ist dort nicht angesagt. Herr Laumann hat ja schon gesagt, lass doch verpetzen. Wobei in Nordrhein-Westfalen wiederum ja überhaupt nichts mit verpetzen ist. Da geht ja in Privatwohnungen ganz viel. Da muss dann eben nur, nee, nicht mal der Abstand gehalten werden. Denn die Abstandsregelungen, wie wir sie vorhin gesehen haben, gelten ja auch nur im öffentlichen Raum. Auch ein bisschen strange. Und da sehe ich ja das große Manko. Von der Grundidee her, das habe ich hier auch schon mal gesagt, finde ich das, was Bayern da macht, ich finde das Gesetz, wie sie es gemacht haben, handwerklich nicht ganz so gut gemacht wie in Nordrhein-Westfalen. Aber von der Grundidee her ist das natürlich besser, im privaten Bereich das einzuschränken, statt dass ihr jetzt da große Corona-Partys wieder mit 20 Mann macht. Ebenfalls in Nordrhein-Westfalen gibt es diesbezüglich da keinerlei Einschränkungen. Das hätte ich aber, selbst wenn es die härtere Maßnahme ist, aber wahrscheinlich als das Effektivere gefunden. Jetzt muss man mal schauen, ob die Leute so pfiffig und, naja, sagen wir mal, selbstreflektiert sind, dass sie sagen, wir machen jetzt hier trotzdem keine großen Partys im privaten Bereich, selbst wenn es entsprechend erlaubt wäre. Ja, es gibt übrigens schon die ersten Eilanträge, die sind am Wochenende reingekommen beim Berliner Verwaltungsgericht. Und als sah ich das Orakel von Delphi, habe ich ja genau das vorhergesagt. Übrigens, habt ihr eigentlich schon unseren Instagram-Kanal abonniert? Weiß ich gar nicht. Recht2Go, da einfach mal vorbeischauen. Da haben wir auch immer wieder aktuelle Sachen noch kompakter. Also, falls ihr auf eurem Mobilfunkgerät Instagram habt, mal bei Recht2Go, einfach mal Recht2Go eingeben. Was ist mit Weihnachten? Das ist die große Frage, die sich jetzt viele stellen. Ja, also ehrlicherweise in Nordrhein-Westfalen, wenn ich das jetzt so sehe, kann Weihnachten stattfinden, ja, wenn man sich nur im privaten Haushalt trifft. Aber es geht ja auch darum, dass man die Infektionszahlen runterbekommt. Also hoffe ich mal, dass alle ganz vernünftig sind. Piano, Piano machen und dieses ganze Regelwust jetzt, ja, vielleicht auch alle nochmal aufschrecken soll. Und jeder für sich überlegt, halte ich immer den Abstand, habe ich die Maske auf und feiere ich vor allem nicht so viel darum. Das scheint es ja dann zu sein. Schränkt eure Feiern ein, Leute. Das ist auch mein Appell. Lasst es einfach ein bisschen ruhiger angehen. Macht euch ein Weinchen auf, trinkt euch ein Bierchen abends vorm Fernseher. Ist dann eben mal so im November, Dezember und im Frühjahr geht es dann ja auch wieder raus. Vielleicht kommen dann irgendwann die ersten Impfstoffe. Das wäre sozusagen der Blick in die Kristallkugel. Da ist ein Wettrennen um die Impfstoffe. Entbrannt, hammermäßiger Leitartikel, Top-Titel-Story im Spiegel. Eine Ampulle Hoffnung war letzte Woche sehr, sehr lesenswert. Wer das noch nicht getan hat, sollte sich das mal anschauen. Vielleicht sogar frei verfügbar, weiß ich gar nicht. Spiegel.de, eine Ampulle Hoffnung. Da weiß man, wie das Rennen um die Impfstoffe so geht. Wie das Rennen hier auf diesem Kanal weitergeht, seht ihr. Mit diesen beiden Videos schaut gerne vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Morgen hier das nächste aktuelle Video. Das Wochenende habe ich mit den Auswertungen einiger Corona-Verordnungen verbracht. Würde mich freuen, wenn ihr mich dafür mit einem Like belohnt. Tschüss und bis morgen.